Ja, da muss ich dann erstmal in den Eingang von dem Ding, das werde ich ja wohl hinkriegen, laufen wir mal zum Ausgang, so, äh, dann, ich hoffe mal, das, was ich mir aufschreibe, reicht. Ähm, das wäre hier, man kommt mal rein, rechts, links, rechts, rechts, dann muss ich dem Kurs folgen, dann 2L, und dann dem Kurs, naja, dann rechts, rechts, ja, hoffe, das reicht mir, was ich mir da aufschreibe. Ganz primitiv, ich hoffe, das funktioniert auch so. So, dann haben wir hier das, da gehen wir gleich rechts, links, 2L, rechts, dann folgen wir der Kurve, gehen nach rechts, mal gleich nochmal rechts, und dann links, und nochmal links, und zum Ausgang, so. Jetzt schaue ich mir auch das Ding hier mal an. Okay, machen wir hier nochmal ein Strich, und dann machen wir hier, gehen wir mal rechts, direkt rechts, dann direkt links, rechts, und zweimal links, direkt rechts und links. Okay, mit, äh, diesem Wissen, gehen wir jetzt nochmal auf den Turm rauf. Schauen wir mal weiter. Und dann muss ich unbedingt auch rausfinden, diese, äh, Symbole bei diesem Rätsel, was die so bedeuten haben. Irgendwo müssen die hier mal vorkommen, wo man das, äh, quasi erklärt kriegt. So, dann fangen wir doch mal an. Gehen wir erstmal hier runter. Zack. So, wie war's? Links, rechts, ne, warte mal, ist das? Hier, komm mal rein, wir gehen nach links. Hä? Rechts. Was, was, was hab ich mir denn da jetzt aufgeschrieben? Ist das hier anders? Äh, hab ich mir jetzt? Links, rechts. Dritte, rechts. Hä? Okay, ich glaub, ich hab mir hier doch tatsächlich auch das hier als rechts aufgeschrieben. Okay, eins, zwei, dritte, rechts. Dann geht's hier um die Kurve rum. Hier muss ich eh eins, zweite, links. Und hier dann bis zum Ausgang. So, der Eingang hier ist das da. Dann geht's hier direkt rechts. Und die Kurve rum, links. Die Kurve rum, rechts. Äh. Ist das, ist das so richtig, was ich mir da aufgeschrieben hab? Kommt mir so falsch vor, ich weiß es nicht. Moment mal, nochmal. Ähm. Hier ist der Eingang. Direkt rechts. Hier muss ich eh, hopp, dann links. Hier muss ich eh rum. Rechts. Hier rum, rechts. Und zweiter links, hä? Okay, ich glaub, ich glaub, das ist... Irgendwie völlig... Völlig scheiße, was ich mir da aufgeschrieben hab. Ich, okay. Ich weiß ja echt nicht, was ich mir da aufgeschrieben hab. Entweder passt das nicht, was ich mir aufgeschrieben hab, oder es passt nicht, wie ich mir das hier denke. Oh, Mann. Und nochmal runter. Nochmal runter. Nochmal hier. Hä? 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 Das hab ich ja jetzt hingekriegt, ne? Dann geht's hier rein und da geht es... Direkt nach rechts. Und dann da so... Okay, was hab ich mir aufgeschrieben? Rechts. Direkt nach rechts. Dann haben wir hier einen Bogen. Dann muss ich wieder... Rechts. Und nochmal rechts. Nach unten. Ähm. Und an der Seite hoch, die zweite... Hä? Was war das denn jetzt hier für ein... Dingens in dem Turm? Sind die da echt anders? Ähm. Ja. Gut. In den Turm komm ich von hier aus. Irgendwas, äh... Läuft da falsch. Hab ich mir jetzt extra aufgeschrieben? Und es klappt trotzdem nicht. Häääh. Hm. Okay. Hier runter. Dann... Was war da hier? Direkt nach rechts. Ne. Direkt nach links. Dann... Also hoch. Eins, zwei, die dritte. Hier. So lang. Ähm. Ah, scheiße. So. Ähm. Das ist von da aus dann... Nach... Da. Das ist wohl... Also hier so lang. Zack. Dann kommen wir hier rein. Direkt nach rechts. Da hab ich was von links. Aber irgendwie... Das ging doch jetzt hier so lang. Eins. Zweite. Links. Rechts. Rechts. Und dann komm ich hier hin. Okay. Ich versteh's gerade echt überhaupt nicht, was ich mir da... Ich schreib mir da die Sache auf. Äh, da... Die Dinger sind da unten wirklich anders. Das hab ich jetzt... Ob die kurze Zeit nicht merken können. Ähm. Okay. Das Ding sagt rechts... Und links. Und da dann die zweite rechts. Eins, zwei. Wer hier. Dann... Kommen wir hier um die Kurve. Wir machen rechts... Und nochmal rechts. Und... Einmal links. Zweimal links. Und dann ist hier der Ausgang. So, zack. So, der Eingang in das nächste ist hier. Wir wollen nach rechts. Direkt nach links. Direkt nach rechts. Links. Und nochmal links. Rechts. Und links. Dann müsste das jetzt... Richtig sein. Oha. Es tut sich was. Äh, okay. Da kommt ein Leser. Äh, äh... Doch bloß das Weiße. Und der Lese. Holla die Fehl. Äh, ich bin noch skeptisch. Ich warte jetzt noch ein bisschen ab. Ja, gut. Wir haben den zweiten Laser. Nice. Läuft. Alles was hier irgendwie ist, der pulsiert so ein bisschen zwischen... Wechsel zwischen orange und blau irgendwie hier und her. Ob das jetzt so sein soll oder nicht. Sagt uns, äh, nicht das Licht, aber, äh... Ja, haben den zweiten Laser. So, irgendwas muss es aber hiermit auch noch auf sich haben. Ich schätze mal, das kommt dann, wenn ich da unten das, äh... ...gemacht hab. Oder ist das einfach nur... ...ne alternative Route hier drüben hin? Das wäre dann... Das wäre echt strange. Aber hier ist ja noch ein Bildschirm, also da muss schon noch was sein. Das kann nicht sein, dass da nichts ist. Okay. Leute, wir haben zwei einen Laser. Haha. Gut, dann verlasse ich jetzt hier erstmal die Burg. Weil, ich glaube, da kann ich jetzt eh nichts machen. Weil mir die, äh, das Wissen um, äh, diese, äh, diese komischen Quadrate da fehlt. Und gehen wir mal aus der Burg raus. Und, äh... Moment, ist hier auch noch was? Nö, einfach nur hier diese Dings. Okay. Dann ab nach draußen. Ich wollte dann zurück in den Wald. Weil dann... Da muss ich doch... Da muss ich was gucken, das, äh... Ähm, wo war denn der Wald? War das hier gleich? War hier der Wald? Also der Wald, den ich meine... Das müsste eigentlich hier direkt neben dran sein. Bin ich hier? Bin ich hier? Bin ich hier? Ja, hier bin ich. So, jetzt bin ich nochmal gespannt. Hier, von wegen, äh... Einfach so? Äh, was? Ich glaub's nicht. Ich glaub's echt nicht. Der kürzeste... Weg. Einfach, der... Einfach der kürzeste Weg. Okay. Dann können wir weitermachen. Und hier hab ich auch noch, äh, eine neue Sache erfahren. Äh... Ja, hier muss ich nach den Schatten gucken. Hier, die, die... Gitterstäbe von dem Dach. Hier werfen scheinbar auch noch Schatten drauf. Und, äh, die darf ich nicht berücksichtigen. Scheinbar nur die von den Bäumen. Ist natürlich, äh... Blöd. Wenn ich mir jetzt hier so betrachte, ne? Hier haben wir auf jeden Fall mal... So ein paar Dinge, wo... Jetzt ja kein Schatten ist. Ne? Also ich schätze mal, hier wird's nicht so gehen. Hier, das... Das wär's... Das wär zu einfach gewesen. So auch nicht. Gleich mal ausschließen. Hier kann man ja schon mal so lange. Gehen wir hier einfach mal. So, wenn ich mir jetzt so betrachte... Hier... Ach, ich probier's einfach. Ja. Tut sich nicht. Läuft nicht. Ey, jetzt muss ich hier halt echt... Irgendwie quasi die... Die Gitterstäbe rausrechnen. Ich... Ich nehm einfach mal diesen Weg hier. Ha! Gut. Da hab ich die Gitterstäbe doch relativ gut rausgerechnet. Beziehungsweise bin halt einfach da lang gefahren, wo... Gitterstäbe zu sehen waren. Gut, ähm... Wo geht's lang? Da nach oben. Äh, hier teilt sich's in zwei. Wo geht das hin? Das geht... Ach du Schande. Ja! Okay! Ja! Gut! Ich weiß schon, wie das vonstatten gehen soll. Jetzt will ich aber erst mal wissen, wo das da hingeht. Okay. Und... Und... Der geht doch dann auch noch weiter, oder? Weil der verschwindet hier am Boden. Hier kommt er wieder raus. Wohl hier hin. Ähm... Okay, wir haben hier mehrere Wege. Ich geh dann erst mal hier lang. So, hier waren wir. Dann... Ja, würde ich sagen... Gehen wir mal hier so hin. Und... Stellen wir uns mal da so. So, hier sind jetzt keine Gitterstäbe, die einen den Weg versperren. Das müsste eigentlich exakt so laufen. Ja. Das war... Easy. Oh, wie ist... Äh... Ich... Genauso... Beschissen weiter. Ähm... 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 Ja, 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 ja. Ja, ja. Nee. Gefällt mir jetzt gerade nicht, diese... Schatten. Wenn ich mir das so betrachte... Warte mal. Ich muss die Schattenstückchen runterrechnen. Ähm... Ah, ich muss aber auf jeden Fall dichter ran. Gut. Aber... Dann im großen Ansonsten doch immer noch... Einfach. Ähm... Nochmal. Ja, doch. Ich muss ganz dicht ran. Ähm... So ging das hier, glaube ich. Jawoll. Ich hätte es mal... Da würde ich mir immer mehr merken müssen. Oh, weia. Auf jeden Fall. Fuck, ey. Ähm... Ja, gut. Ist das wenigstens, äh... Richtig rum? Oder muss ich das auch noch drehen? Na gut. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall... Auf jeden Fall kann ich das hier mal so angehen. Hä? Ich kann hier da starten? Oder da? Ja, weil das hier ist auch so eine... Dingens. Aber ich starte mal schön da. Wenn ich mir das so betrachte... Dann kommen wir da so hin. Und dann da. Dann muss es... Ah, ist nach unten. Zack. Äh... Zack. Zack. Hier. So. So, so. Und... Zack. Ja gut. Worum dann noch der zweite Startpunkt da ist? Kein Plan? Okay. Ähm. Das ist jetzt, äh... Verwirrend. Aha. Aber... Ich sehe schon, auf was das hinaus zu laufen scheint. Ich darf nicht hier starten, sondern muss hier starten. Eins vor, nach unten. Eins vor, dann wieder nach oben. Eins vor, nach oben. Nach da. Ja. Muss ich jetzt noch weiter rüber? Ich glaube schon. Ich muss noch eins rüber. Nach oben. Nach da, zack und quer rüber. Okay, das quer rüber war wohl nix. Ähm. Also, eins vor, runter, eins vor, noch eins vor. Hoch, eins vor, hoch, eins vor, noch eins vor, hoch, rüber. Ja, ich habe da eins an der Stelle hier, äh, hier an der Stelle habe ich eins, noch eins vor, irgendwie verpasst und bin dann da zu weit drüben gelandet. Okay. Egal, wo ist dann die nächste Tafel? Da unten? Geht dann das Kabel lang? Irgendwie da rüber so und da kommt es wieder aus dem Boden raus. Ja, gut, egal. Ähm. Wo ist denn hier der Rest des Schattenspiels? Brauche ich da nochmal das hier? Oder gar das? Ne, das sieht eben gar nicht so aus. Oder brauche ich tatsächlich hier... Ne, warte mal. Hier zeigt mir da das Ding den Schatten, aber da bin ich noch nicht. Ah, guck mal. Was muss das da sein? Okay. Wir gehen von da... Oh Mann, ist das noch ein ganzes weiter? Das ist jetzt... Das ist jetzt hier so die Frage. Das da... Es hört ja hier so ein bisschen in der Mitte auf. Ist das dann hier weiter und geht dann da direkt runter? Oder geht es noch eins weiter und dann runter? Okay, wenn ich hier so runter... Hm, warte mal. Wenn ich hier direkt runtergehe, dann kann ich auf jeden Fall nicht diesen Knick machen. Also muss ich da runtergehen. Hälfte runter. Eins rüber. Ganz runter. Eins rüber. Eins hoch. Zack. Okay, probieren wir mal. So, das war hier. Hälfte runter. So, zack, 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 zack. Ja. Easy. So, das ist immer hier. Da gucke ich gleich rein. Erstmal kurz hier so. Gucken, ob man da was sieht. Nö. Gut. Hier fehlt auch ein bisschen, aber da haben wir hier direkt. Okay. Höö. Oh. Oh, nö. Ist klar. Haben wir da wieder irgendwelche Schatten, die nicht Schatten da sein sollen? Oder? Ach, herrje. Muss ich so um fünf Ecken denken. Also auf jeden Fall haben wir hier schon mal den Start. Eins vor, hoch, rüber, rüber, runter, kreuzen, quer. Und dann landen wir am Ende ungefähr hier. Aber, ach. Ach. Du Scheiße, da geht's da oben nur weiter. Okay, wir landen dann ungefähr hier. Na, warte mal. Zack, zack, zack. Hier. Okay. Und dann geht es noch... Macht's nochmal einen Schlenker. Ja. Oder? Okay. Let's try. Okay, Schlenker würde mal so meinen. Ja, gut. Hat geklappt. Ähm. Ah, dann sind wir jetzt hier. Sehr schön. Ich gehe davon aus, dass da ich alles sehen kann. Wir müssen hier starten, nach oben. ganz rüber, ganz hoch, so, 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 so. Schon irgendwie... Nein? Dann... Ja, gut, ich sehe es jetzt hier echt nicht... Man kann es hier nicht so ganz gut sehen. Hier macht's da so einen Strich. Ich probiere es jetzt einfach mal so. Auch nicht. Ich probiere es jetzt hier gerade ein paar Möglichkeiten aus. Also, so müsste es auf jeden Fall... Also, so müsste es auf jeden Fall... ...zwei rüber gehen. Oder will... ...es da schon ganz nach drüben? Weil irgendwie... ...sieht schon fast so aus, als wollte es hier so lang. Okay, ich glaube, das wird jetzt auch nix. Nee. War das gerade das, was ich probiert habe? So, jetzt haben wir hier so ein... Let's probiere aus. Okay, ich muss das nochmal hier...